Ich sitze in diesem Bus, da kommt dieser englische Tourist, der wedelt schon mit dem Fuffi. Ich denke so, tu es nicht. Tu es nicht, das ist es nicht wert. Der geht zu dem Busfahrer, legt den Fuffi zu dem Busfahrer, komplett davon überzeugt, dass da die Menschenrechte gelten, und sagt laut im Bus in Berlin, Hello, I need a daily ride. Und dann passiert etwas Faszinierendes. Weil der Busfahrer, der antwortete in so einer Form Berliner Service-Englisch. Der sagte zu dem, wat, 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 wat? Little money mensch! thrown an. Äh! Oh, oh, oh.